Renn die tot! Nein, der lebt noch! Der lebt noch! Renn, Dena! Renn im Keller! Renn! Nein! Ich nehme dich in den Keller! Oh nein, hinter dir ist jemand! Oh Gott! Oh nein, die schießen den Bogen auf! Renn! Renn! Oh, alle, die werden stöhnt! Ja! Nein! Wo bist du, Dena? Der ist tot! So, und da sind wir bei einer neuen Runde TROP! Äh, ist das eine neue Map? Nein! Ich bin noch nie hier gespawnt! Echt? Nee, noch nie da oben! Ah, okay! Mit dabei sind gerade eben schon, da in meiner Kiste, ungespielt! Und Katie! Hi! Ungeschminkt! Ungeschminkt, ja! Ja, wir haben heute alle tolle Namen! Ich weiß nicht, ob jemand oben links meinen Namen sieht! Äh, ich such ihn gerade! Irgendwas wird ungef... Ah, okay, ungefügelt! Haha! Wir haben Leute gesagt, ich soll euch auf Twitter ungefügelt nennen! Ja! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab ein Steinschwert! Ich hab noch gar nichts! Auf ASFM heiß ich ja, äh, ungefragt! Jetzt muss... Oh, das ist aber... Wow, wow, wow! Jetzt muss ich Katie fragen, ob's mir was geben kann! Das ist ja schon peinlich! Wie viel Karma hast du eigentlich? Äh, 270! Besuch die! Aber ich bin auch vor dir! Ich bin auch vor dir! Krass, hab's sogar alles bekommen! Ich hab'n Steinschwert und... Ja, das ist auch wichtig! Das ist auch wichtig, weil ich hab' gar nicht so... Ich hab' nicht schnell einen neuen Steinschwert, dann hätt' ich was geben können! Aber warte mal, ich suche noch! Seid ihr alle innocent? Ja, wir sind beide innocent! Ich auch! Okay, gut, gut! Waa! 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 Bist du da jemanden? Katie? Ich hab' gar niemanden geschlagen, ich hab' das Ding jetzt weggemacht! Ich hab's so gemacht! Ich hab's da weggemacht! Katie, bist du eh noch? Ich weiß nicht! Das sah sehr komisch aus! Man kann keine Mädchen schlagen denen, das geht nicht, ne? Kannst du mal zu uns kommen? Ich trau' mich nicht hier alleine! Ich komme, ich komme zu dir! Da boxt jemand im Tester jemanden kaputt! Hab' ich jemanden helfen können? Das ist nichts für kleine Simon! Ich brauche Sachen! Scheiße, ey! Scheiße, da kommt einer von hinten angelaufen! Ich weiß nicht, ob die böse sind! Oh, ich bin gestorben! Echt? Ja, aber ich war Twitter! Ich sag' nichts! Aber wenn sie's, wenn sie dich killen, dann kann auch nichts machen! Was ist denn, wenn ich hier? Ich glaube, die sagen ja nicht, dass ich random-Killer bin! Oh, 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 oh! Ungefügelt! Mit einer Hand! Mit einer Faust! Ich hab' hier sonst nichts! Einfach drauf prügeln! Oh, jetzt boxt sich jemand auf! Jetzt boxt sich jemand anders! Jetzt boxt sich jemand anders! Ja, wenn du die Katie angreifst, dann sind die Leute sauer auf dich! Oh, ja! Ich bin doch lieb! Ja, die Innos greifen sich alle! Es sind alles Innos, die ich eingreifen! Ich bin doch lieb, verdammt nochmal! Scheiße! Scheiße! Nur noch neun Überlebende! Nur noch neun Überlebende! Was ist denn da los? Irgendwas läuft hier ganz falsch! Ganz falsch! Ja, jetzt in den Chat gucken! Guckt in den Chat! Ich weiß nicht, wer von denen jetzt wer ist! Ich weiß ja, dass dieser Wolf nur Traitor haben können, ne? Diesen Wolf können nur Traitor haben! Okay, dann ist der die... Das ist ne Traitor-Waffe! Ja, du bist jetzt nicht der Einstieg, ne? Ja, und der Wolf hat sich gefressen! Ich wurde vom Wolf, dann wurde ich ja sozusagen von Supreme getötet, oh man! Ja, war gut! Eine Runde machen wir noch, bis gleich! So, und da sind wir bei der 2-Kiste, meine Kiste! Ja! Holschwert! Nee, Steinschwert! Kiste, Kiste, Kiste! Ich hab die Kiste! So! Sie wurde weggenommen! Nooooo! Ich hab immerhin diese Runde ein Steinschwert mal, das ist schon für mich toll! Ich hab ein Häuschwert und Bogen, jetzt hol ich mir das Steinschwert und das hab ich alles! Ah, ich brauch noch einen Bogen! Aber ich glaub, jetzt find ich nichts mehr, also das wird schwer, jetzt noch was zu finden! Das wird eine Heidenarbeit! Ich geh immer... Oh, hier liegt ein Bogen! Oh, ich hab ein Steinschwert! Ich hab sogar noch ein Häuschwert! Oh, du hast die mega Soundqualität, Katie! Hat du immer noch ein paar Pfeile für mich? Ich hab Pfeile für dich, ja! Komm, über den Test da rum, dann kannst du Pfeile geben! Ja, ich bin ganz am anderen Ende vom Schiff! Dann komm ich, ich komm zu dir! Okay! Komm zu mir! Boah! Ich geh nicht da in diesen Traitor-Raum rein, weil da killen sich die bestimmt alle! Ja da, komm her, komm her! Wo bist du? Ich bin bei dir, ich bin bei dir! Wo? Hier, hier, bitte! In das blaue Ding! Okay! Ja! Okay, danke! Benno! Ja, ich auch! Was? Alter, ihr seid alle Traitor! Das sind alle Traitor! Okay! Wir sind alle Traitor! Okay! Lauf weg, Dena! Oh Gott, hier sind so viel Indos! Komm, wir gehen zum Tester! Komm, wir gehen zum Tester! Komm, wir gehen zum Tester! Kacke, ey! Die killen uns ab! Wir sind alle Traitor! Die werden uns sofort töten! Warum sind wir alle Traitor? Ja, das ist Zufall! Ich hab keinen Pass eingesetzt! Gar nicht! Ich hab einen Pass eingesetzt! Okay, äh, Dena hat wahrscheinlich eingesetzt! Ich hab einen eingesetzt, ja! Oh nein! Was? Schlägst du einfach, Leute? Geh runter in den Keller, Dena! Runter in den Keller! Ja, ich geh ja schon! Scheiße! Lauf, 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 lauf! Runter in den Keller! Nein, ich hab jemand geboxt! Oh, komm, Leute! Ich geh nach ganz unten! Ich auch! Hinter dir ist aber einer! Scheiße! Wir haben auch alle normale Namen, ne? Ah, pass auf, da hat jemand einen Bogen! Den kennen wir, den kennen wir! Ja, Töti, los! Ja, mach ich drauf da! Ja! Ich hab dich getötet! Wim! Wim! Das Dream-Team hier! Alles zu sein! Alles zu sein! Alles zu sein! Okay, pass auf! Oh, da ist jemand! Das sind viele! Das sind viele! Erstmal auf iGoogle! Auf iGoogle! Ich hab ich mir! Nee, wir lassen ihn laufen! Ah, ist tot! Ist tot! Hier ist alle! Hier ist alle! Komm zu mir! Zu mir! Zu mir! Oh, okay! Ich komme, Rennweck, Rennweck! Aber sind zwei Seiten belagert, ne? Hey, ich komme hin da! Ich komme hin da! Ich bin tot! Ich bin tot! Ihr müsst das jetzt reißen! Ich habe mich geopfert, damit ihr überleben könnt! Ahhhh! Ich bin fast tot! Nein! Ah! Ich habe eine! Nein! Ahhhh! Bist du tot? Ich nicht! Ich bin tot! Täti, ihr bist die einzige, die überlebt! Ahhhh! Ich sehe nichts hier hinten! Shit, shit! Ich bin tot! Ich bin tot! Ahhhh! Da sind alle gestorben! Das war so schön als Traitor! Oh Mann! Da sind wir mal alle drei Traitor! Und dann sind wir tot! Ich habe mich absichtlich killen lassen, damit Dena auch mal einen kill hat! LOL! Hä? Achso! LOL! Hat sie auch geschrieben! Ich habe mich extra killen lassen! Ja, sicherlich! Sicherlich! Ja, ich würde sagen, es war eine kurze, knackige Runde! Da hängen wir doch noch unten dran, Dena, oder? Richtig, ja! So, bis gleich! Bis gleich! In 1 Sekunde geht's los! Okay, nochmal Frozen Cargo! Und wir kommen zurück! In dieser schönen Runde Frozen Cargo! Oh, achso! Gerade eben hatten wir auch Frozen Cargo! Wow, was ist denn das für einer? Der hat seinen Kopf irgendwie verloren! Jetzt müssen wir wieder Sachen sammeln! Beziehungsweise jetzt... Oh, oh, Kiste! Oh, eine Wundensworte! Wow, wow, wow! Kiste, 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 Kiste! Oh, ich glaube, dass ich nichts kriege so ohne! Ich hätte noch einen zweiten Bogen für dich stehen, ne? Ich habe alles, ich habe alles! Ah, so hast du alles? Okay, Kiste! Ich habe einen Holzschwert für dich! Ich habe einen Holzschwert für dich! Egal! Und hier ganz unten im Bauch vom Schiff sind, ist noch eine Kiste! Ja! Okay, gleich glaube ich nicht mehr! Jetzt hat jemand zu mir geschrieben, ungespielt, you're scary! Hier sind noch zwei Küsten unten! Hier, 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 hier! Ich habe einen Steinschwert! Hier unten im Schiff sind noch zwei Kisten! Direkt nebeneinander! Da, sowas, da wo wir unten waren als Traitor! Okay, ich gehe jetzt über den Testerraum! Aber jetzt haben wir zu niemandem Pass eingesetzt, oder? Ne! Ich habe sowieso keine Pässe! Okay, ich hatte da keine Pässe! Jetzt sind die Kisten, die Kisten sind sogar immer noch da! Dann gehen wir auf den Tester mit uns keiner, ähm... Alter! Wir sind schon wieder alle drei Traitor! Wir sind schon wieder alle drei Traitor! Wir sind schon wieder alle drei Traitor! Ja! Ich habe schon eingekillt! Ich bin schon eingekillt! Okay! Ja, ich komme hier hin! Dauert mischen! Bin on my way! Scheiße! Hier sind so viele Kisten noch gewesen! Krank! Ey, äh, wir sind schon wieder alle drei Traitor! Wie haben wir das gemacht? Wie... Ich weiß auch nicht! Das ist die Zau... Und das direkt... Hier! Hier! Komm zurück, Katie! Über den Testerraum! Katie, zurück! Oh nein! Ich werde sterben! Niemand... Niemand... Du sprengst Katie die Decke! Man hört dich! Man hört dich nicht, Katie! Deine Qualität ist ganz schlecht! Wow! Hier schlägt jemand! Nee, komm einfach hoch! Komm einfach hoch! Komm bitte! Nach oben, bitte! Bitte weise! Ich gehe nach oben, bitte! Ja, ich komme jetzt nach oben! Boah, da folgen euch aber ganz schön viele! Der Raum über dem Tester? Ja, wir haben jetzt so... Nein! Schnell! 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 Einfach hochkommen! Ja! Bleib hier und chill! Dena, test! No way! Dena, geh ins self! Okay, bin self! Oh oh! Ah, scheiße! Sie hat es gesehen! Dena! Oh oh! Dena, 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 Dena! Das ist die, die mich letztes Mal gewinne! Jetzt kommt sie! Ah! Die hat mich zweimal getroffen! Komm zurück! Helfen mir! Helfen mir! Helfen mir! Ich hab grad jemanden getötet! Hp1! Creeper-Pfeile! So! Hab einen Creeper-Pfeile geschossen! Sie ist explodiert! Ja! Wow! Ah! Wundervoll! Ich pass mal ein bisschen bei den Treppen auf! Ja! Warst du mit Katie? Lebst du noch? Ey, mir läuft so viel hinterher! Kann ich's machen! Ich hör noch ein... Ich hör nur die Creeper explodieren! Ah! Hinter mir ist einer explodiert! Ja, ja, ne! Die explodiert unter dir! Oh, steht mir voll geil! Er hat ein Eisenschwert! Ich kann hier aber fix noch los! Nein, okay, okay, okay! Den treffen wir hier wohl! Ich versuche es! So, er ist hoch! Hoch! Ha! Über uns, Leute! Über uns! Nein! Ich hab sie getötet! Komm hoch! Komm wieder hoch! Ich hab sie getötet! Ich hab noch mal zwei Creeper-Pfeile! Super! Super, super, super! Brauchst du Creeper-Pfeile oder kannst du damit umgehen? Ja, gerne! Doch, ich kann damit umgehen! Aber wenn du in die Luft sprengst, dann rast ich aus! Danke sehr! Ja! Hier unten sind richtig viele! Ja, aber mir laufen die ganze Zeit diese Leute weg! Dann, bleib weg von uns! Bleib weg von uns! Bleib weg von euch! Ja, ich bleib weg von euch! Geh bloß weg! Da hinten ist einer! Hier kommt Welchow! Was ist das denn mit dem Gang? Ich werd sterben! Ich werd sterben! Oh, ich komm, ich komm! Oh! Ah, ich hab mich in die Luft gesprengt! Ich hab mich in die Luft gesprengt! Ey, seid ihr blöd! Verdammt! Lena, du musst es uns schaffen! Nein! Ich mach jetzt mit Dana eine Funktion! Nein! Nein! Hör die tot! Nein, der lebt noch! Der lebt noch! Renn, Lena! Renn im Keller! Nein! Ich bin nicht in den Keller! Oh nein, hinter dir ist jemand... Oh Gott! Oh nein, die schieft den Bogen! Oh, alle die werden töten! Ja! Nein! Wo bist du Dana? Was? Jetzt hast du uns ungeschwinkt die Lage retten! Scheiße! Scheiße! Und du bist der letzte Traitor! Du bist der letzte Traitor! Ich versuche aber jemanden zu killen, dann werd ich eh gekillt! Was soll ich denn machen, ey? Das ist doch riesig wie Leno! Ey, ich könnt ihr nicht mal ein bisschen besser spielen, ey! Ey, ich hab schon alles gegeben, weißt du? Aber die glauben dir, die glauben dir ja! Ich weiß nicht, was soll ich machen! Ich kann nicht gegen 5er Weimar kämpfen! Oh, nur 5er hast du ein bisschen verzählt, glaube ich! Es sind ein paar mehr! Ja, ungeschminkt Test! Ungeschminkt Test, so! Hallo! Ich sag also! Weiß nicht, wo der ist! Ja, sicher nicht! Dann lauft dir keiner! Dann lauft dir auch keiner! Jetzt läufst du doch weg! Ich schicke jetzt erst gar nicht! Geh da runter, geh in den Keller! Nein! Geh da runter, geh da runter, geh da runter! Du gehst ja voll langsam! Geh da runter! Scheiße! Okay! Okay! Das ist ein Happy End! Weil wir waren ja die Bösen und wir wollten ja nur, dass die Geschichte ein Happy End hat! Und wir haben gewonnen! Richtig! Deswegen haben wir das alles gemacht! So! Das war's dann mit der heutigen Trouble in War! Trouble in Mindwheel Runde! Morgen kommt noch, das haben wir gerade eben schon aufgenommen! Der Hero Brian! Und die war richtig fett, die Wunder! Die war richtig fett! Die war richtig fett! Verstehe ich mich! Ja, das erklären wir dir auch noch! In der Runde im Morgen erklären wir, wie es geht! Und das war eine richtig fette Aufnahme! Ja! Wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat mit Katie und diesem hier Action Bam Bam! Lasst doch eine positive Haltung da! Und dann würde ich einfach sagen... Vielen Dank schon! Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Mach's gut! Ciao! Tschau!